Karlsson, Karlsson, ich bin, das müsst ihr glauben, der allerbeste Karlsson auf der Welt. Karlsson, Karlsson, Achtung, hier kommt Karlsson, 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 juhu, ich heiße Karlsson. Man nennt mich Karlsson, der weltbester Karlsson und mit Recht. Warum nennst du dich so? Weil ich der Karlsson vom Dach bin. Oder will das nicht in deinen dicken Kopf hinein, hä? Sag mal, Kleiner, du bist doch wohl erst drei oder vier Jahre alt, nicht? Älter, wie alt bist du denn eigentlich? Du fragst nach meinem Alter? Ich bin in den allerbesten Jahren wirklich gut aussehend und außergewöhnlich klug. Erste Lektion, die Zahlen. Notia, tafasali, sema. Notia, tafasali, sema. Zur Sicherheit wiederholen wir diesen Satz noch einmal. Sasa, una beza, puh, esau. Er fliegt, er kann fliegen. Was ist los? Wer kann fliegen, hä? Da ist Karlsson und wohnt oben auf dem Dach. Äh, so ein Quatsch. Sag mal, wie machst du das eigentlich mit deinem Propeller da? Also ich zeig's dir mal. Propeller rein, Propeller raus. Lass mich mal probieren. Hände weg vom Schleifern. Au, mein Kopf tut weh. Es tut mir wirklich sehr leid. Heißer Haupster Lillebron, nun weißt du bestimmt genau, wer der weltbester Juxmacher ist. Der weltbester Karlsson. Karlsson, Karlsson, Achtung, hier kommt Karlsson. Der allerbeste Karlsson auf der Welt.